Oh, Happy Day! Oh, Happy Day! Oh, Happy Day! Mit dem Dreier unter Heiko Vogel und ja, gegen den Lask haben unsere Plekis sich da einfach mal aus der Affäre wieder gezogen und sich eben da, ja, die drei Punkte gesichert. Ich fand insgesamt den Auftritt unserer Schwarz-Weißen recht souverän. Man hat ja die Linzer mit 2 zu 0 ganz den Ball besiegen können und auch die anderen Ergebnisse haben uns durchaus in die Karten gespielt. Natürlich, Salzburg-Rapid-Treffen erst im direkten Duell heute aufeinander, aber zumindest mal, ja, hat Dietmira in Mattersburg verloren. Also, das heißt, Platz 2 ist erstmal wieder Schwarz-Weiß einzementiert. Kommen wir zum Spiel. Interessant zum ersten Mal die Aufstellung Sturm mit einem 4-4-2-System mit Essay und Edom Bonschi in der Startelf. Daniela, wie schon zuletzt, nur auf der Ersatzbank, ist auch erst knapp vor Ende eingewechselt worden an der Stelle. Aber man muss ehrlich sagen, er ist nicht wirklich abgegangen, denn unsere Jungs haben das, finde ich persönlich, sehr, sehr gut gemacht. Eigentlich von Anfang bis Ende war man da hoch konzentriert, war nicht immer fußballerisch das große Glanzwerk. Aber insgesamt ist man nicht nur kompakt gestanden, man hat eben auch wenig zugelassen und auch offensiv immer wieder. Zumindest in Ansätzen für Gefährlichkeit gesorgt, hat die Linzer 90 Minuten gut beschäftigt und es somit auch verdient, würde ich sagen, als Sieger von Platz gegangen. Angefangen schon die ersten Minuten, für mich Sturm ein bisschen wuseliger, so in der Offensive. Die letzte Präzision hat gefehlt, das hat sich auch insgesamt so ein bisschen über die ganzen 90 Minuten hindurchgezogen. Bei unseren Blackies, dass man nicht genug Zielwasser hatte, nicht bei den Schüssen unbedingt, aber so beim letzten finalen Pass, dass der dann ein bisschen ungenau gekommen ist. Aber Sturm auf jeden Fall bemüht da in der Anfangsphase für mich, also die ersten 20 Minuten für mich durchaus im Zeichen vom SK Sturm. Der Lasker hat allerdings den ersten Torschuss abgegeben aus der Distanz nach 17 Minuten durch TT, der Ball noch ein bisschen abgefälscht. Deswegen für Siebenhandel sah es ein bisschen, also für mich im ersten Blick, ein bisschen komisch aus. Die Flugbahn, aber im Endeffekt kein Problem für unseren Schlussmann. Sturm dann auch mit dem ersten Abschluss. Das war dann auch so in Minute 22 herum. Röcher mit einem schönen, hohen Ball auf Edombonji. Und der probiert es dann wohl, aber bekommt ein bisschen zu wenig Druck dahinter. Und deswegen auch das kein Problem für den Last Goalie Perwan im Tor der Linzer. Sturm geht dann auch in der ersten Hälfte noch in Führung in Minute 40 nach einem Freistoß, den es zugegeben nicht hätte geben dürfen, weil es zuvor eine Abseitsposition gewesen war. Das Schiedsrichter-Team hat es nicht gesehen. Sturm bekommt den Freistoß trotzdem. Und aus diesem resultiert dann auch das 0 zu 1 aus Linzers Sicht. Hoher Freistoß in den 16er-Schul tritt ihn an. Von einem Linzer prallt der Ball ab vor die Füße von Dario Maricic. Und der haut ihn dann mit rechts rein und trifft aus dem Stand dann zum 1 zu 0. Das erste Bundesliga-Tor für Maricic, der uns jetzt voraussichtlich im Sommer verlassen wird. Und Sturm eben mit der immens, immens wichtigen Führung in Pasching gegen den Lask. Und mit diesem 1 zu 0 geht es dann auch in die Pause. Im zweiten Durchgang versuchen die Linzer zwar so vom Ansatz. Man wechselt dann auch offensiv. Reiko Repp kommt ins Spiel beim Lask. Also ein bisschen mehr Druck zu erzeugen, aber wirklich gelingen tut es nicht. Siebenhandel mit einer kleinen Unsicherheit zu Beginn der zweiten Hälfte. Aber ansonsten geht beim Lask Offensiv auch nicht wirklich viel Sturm. Da ein bisschen konsequenter, eine schöne Seitenverlagerung. Ich glaube, Rocher ist es, der den Ball raus auf Husbeck spielt. Husbeck dann im 1 gegen 1 Duell gegen Riemann lässt den wirklich alt aussehen. Das hat Husbeck sehr stark gemacht. Dann hat er das freie Auge für Peter Schul. Und der zimmert den Ball dann auch so gut, 22, 23 Metern, schön ins Eck. Nichts zu halten für den Schlussmann der Linzer. Und das ist eben das 2 zu 0 in der 56. Minute für unseren SK Sturm. Peter Schul zuletzt ja auch im Cup gegen Wimpassing. Ein schönes Tor erzielt. Und er kann eben auch seine Formkurve weiterhin oben halten. Und ja, das 2 zu 0 war schon so ein bisschen was wie die Vorentscheidung. Gefühl zumindest für mich in dieser Partie. Sturm hat danach dann auch noch Gelegenheiten, die Führung zu erhöhen. Essay und Edom Wonsi, die sowieso recht gut harmonieren. Wobei mir Edom Wonsi da ja ein bisschen zu technisch, wie soll ich sagen, unbeschlagen leider auffällt in dieser Partie. Aber ansonsten funktioniert das ganz gut. Also beide mit einem schönen Doppelpass. Essay auf Edom Wonsi. Aber da ist wieder der Abschluss ein bisschen zu zaghaft. Und ja, deswegen auch da in der Aktion keine Probleme dann für den Schlussmann der Linzer. Und Sturm hat dann auch die nächste Möglichkeit. Wieder Edom Wonsi mit involviert. Der über rechts legt ab wieder auf Schul. Aber diesmal trifft Schul nicht das Tor vom Lask. Sondern ja, die Kronjuwelen von, ich glaube, Mark Reiter war es. Also das hat schon beim Zusehen wehgetan. Also mit Schmack ist richtig draufgezimmert. Und das war auf jeden Fall ein Volltreffer, aber nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. In der Schlussphase hat es der Lasker noch mal probiert. Hat René Gartler auch noch eingewechselt. Und ist im Grunde dann auch so durch ein, zwei Halbschancen noch gefährlich gewesen. Gartler zunächst aus spitzen Winkel. Kein Problem für Siebenhandel. Dann ist es der eingewechselte Raguz, der die beste Chance hat. So Minute 80 herum für die Linzer. Über eine halbrechte Flanke aus Seiten der Linzer kommt Raguz im 16er komplett frei zum Abschluss. Aber viel zu zentral. Siebenhandel hat dann auch keine Probleme, den abzuwehren. Und ja, am Ende ist Raguz dann auch noch mit einem Pfeilrückzieher. Der aber auch für Siebenhandel nicht gefährlich wird. Und so gewinnt Sturm eben das Ganze recht souverän und trocken, wie ich finde, mit 2 zu 0. Ja, ein Befreiungsschlag auf jeden Fall für den ganzen Verein. Die Leistungen haben ja zuletzt gestimmt, aber jetzt eben auch das Ergebnis eingefahren. Also ich hoffe eben, dass das auch für unsere Blackies jetzt wirklich so der erste große Befreiungsschlag für den Kopf auch ist. Dass man jetzt weiß, okay, es geht auch ohne Franco Foda. Eben auch mit einem neuen System, beziehungsweise mit neuen Ideen. Und ja, dass eben vielleicht auch wirklich jetzt Heiko Vogel in Graz so wichtig angekommen auch ist. Die nächsten Gegner sind ja Admira und Alltag. Also da muss man sich zusammenreißen. Das sind die Spiele, wo man punkten muss, wenn man weiter in Platz 2 festigen möchte. Also von dem her, ich bin einfach nur heilfroh, dass unsere Jungs das Ganze so souverän gedeichselt haben. Lask ist nie ein leichtes Pflaster, schon gar nicht auswärts. Die haben auch vor der Partie vier Siege in Serie daheim gefeiert, muss man auch erwähnen. Also von dem her, alles gut, würde ich mal sagen. Und in diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir. Und ja, wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. Euer Elias, auf die schwarzen Bravo-Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.